Heute habe ich Extreme Big Dippers. Und zwar ist das ein Lutscher mit einem kleinen Brausepulverfässchen. Also zum Eintunken. Bestellt habe ich die bei Word of Sweets. In drei Geschmacksrichtungen. Einmal Green Apple, Erdbeere und blaue Himbeere. Ich finde solche Dinge immer so lustig und probiere die richtig gerne aus. Komm schon. Sekunde. Okay. Okay. Okay, nee, doch. Sekunde. Nein, ich schmeiß ihn nicht weg. Spannende Musik Okay. Okay. Der schmeckt sogar. 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 Ohne Pulver schmeckt es besser. Aber trotzdem irgendwie lustig. Okay, ich glaube, hier sollte ich ein bisschen schneller machen. Okay. 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 Töne Töne Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, okay, okay. Der schmeckt auch richtig lecker. Viel besser als das blaue Pulver. Auch gut. Auch ganz in Ordnung. Gar nicht so schlecht. Aber ohne das Pulver schmecken die Lutscher viel besser. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ist ein bisschen lang geworden, aber naja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Heute habe ich fünf Maxi Kinderüberraschungseier. Und so.